hey freunde willkommen zum nächsten test wir haben hier diese kleine wunderschöne pyromult batterie von der firma veco gekauft wurde sie im aldi 20 22 für 299 glaube ich oder was soll günstiger wenn nicht berichtet mich schreibt es ruhig in den kommentaren ja sie hat eine nem von 45 gramm hat zehn schuss 18 millimeter kaliber und wie gesagt preis 1,99 oder 2,99 ich glaube aber eher 2,99 also freunde würde ich mal sagen gehen wir mal raus und zünden eine artus von veco bis gleich draußen so freunde wir haben hier noch die artus diese kleine für weiß ich auch nicht drei euro oder so schauen wir uns die mal an ja also für das kleine geld nimmt sie mitleute ja 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 Bis zum nächsten Mal.